Hallo, ich bin Werder Mommsen und ich bin hier gerade aus dem Kleinfest in Hannover. Was sag ich, ich bin in Hannover? Ich bin ja nicht nur in Hannover, ich bin sogar in den Herrenhäuser Gärten. Das ist so ein bisschen wie Bundesgartenschau hier. Da war ich neulich mit Lisbeth, auch die macht gerne so Blumen, aber die kann heute nicht, die hat ein bisschen Wasser in den Beinen gerade und die ist bei Dr. Neumann in Behandlung und die hat jetzt so Wassertabletten und deswegen ist sie ja nur am Rennen, deswegen kann die heute nicht mit. Aber ich freue mich sehr, dass das hier so schön ist. Hallo, wie ich bin. Wie heißen Sie? Ich heiße Roswitha. Roswitha, meine Damen und Herren, das ist Roswitha. Roswitha ist hier in Herrenhäuser Gärten, ne? Ja, zum ersten Mal. Oh, zum ersten Mal. Ist prädestiniert, ist ein Siegertyp, sie hat nämlich ne Karte gekriegt. Ja. Habt ihr mir geschenkt, die das? Das ist ja noch schön. Von wem denn? Von Ihnen? Von Sie beiden. Oh, habt ihr aber nett gemacht. Na, wie geht's denn? Mama geht's wunderbar, die ist schon voll abgesoffen hier. Die trinkt den ganzen Abend schon, ist aber richtig in Stimmung. Papa ist nicht mehr da. Er ist übers Wochenende weg. Du bist das. Sind das deine hier? Suchst du die schon? Die sind ganz nett, aber so ein bisschen viele. Ja, ich meine, ich sag nichts mehr. Schön in pink hier. Da oben, der andere unten rum. Ja, du bist Hannover-Fan, das haben wir schon gesehen hier. Wen hast du hinten drauf gehabt? Ganz Hannover 96, ja. Die ganz großen Stars haben die ja meistens auch nicht. Das kann man als Hamburger gut sagen. Wenn's denn schmeckt, sag ich mal, irgendwas. Was gibt's denn Leckeres bei euch hier? Tja, was, was nehm ich denn jetzt mal? Ich, ich glaub, ich nehm so'n Apfel-Feigetee. Also einmal. Oh, das ist recht. Also, Apfel-Feige, nicht Abführ-Feige, ne? Ach, wisst ihr was? Das Leben kann so schön sein, wenn man so nett begleitet wird. Ja, na denn. Zum Wohl. Zum Wohl. Untertitelung des ZDF, 2020